yo peace leute und willkommen zum 142 und von der banning of ice creeper wir haben es gerade mit der lost verkackt obwohl wir crickets hat hatten aber unsere rage war etwas kacke und das blut baby ja komm mann gibt mir doch eve oder so irgendjemand schönes ne? ja komm mit könnte uns vielleicht mal selber umbringen wenn die tränen explodieren aber jolo es fängt schon wieder eins an ja ja es ist super wir haben anderthalb herzen geil haben tränen mit denen wir uns vielleicht selber sprengen es ist eine keller ebene ich wüsste nicht wie es besser geht sorry hab ich keine ahnung ich weiß nicht wie es besser geht so komm da kannst du jetzt explodieren aber das machen sie nie explodieren nie wann sie sollen sondern immer wenn man in der nähe steht das feuer ist halt sehr sehr gut dass dann da noch bleibt das macht richtig gut schaden hey wieso ging es da nicht weiter und wir sind auf einmal halbem herz wow ok gut das ist schön was spiele ich denn letztlich zusammen das kann doch nicht wahr sein komponentieelenherz danke lg nein nur den flatworm den können wir aber mitnehmen geht bloß weg man ja gut chariot hätten wir vielleicht davor gebraucht bevor wir in den zackenraum ok keine chance du musst dich einsetzen glaube ich zumindest aber das sieht das sieht das sieht gut aus ist die klasse aus das sieht fantastisch aus ich rede mir das doch selber ein geiler wir machen noch einen run in einer halben stunde ich glaub's nicht alter bis gleich das sieht das sieht gut aus ist das sieht gut aus wie es ist das sieht gut aus wie es ist die klasse 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 aus wie es die klasse aus wie es ist die klasse aus wie es 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 die klasse Bis zum nächsten Mal.